Na gut, wenn alle bereit sind, können wir schon mal wieder aufstehen. Ich hoffe, es sind noch alle barfuß. Einfach mal rum. Da fangen auch einige Leute das wieder geschafft. Alles so schön, auch nicht so aus. Stellen wir uns mal wieder ganz hinten auf die Matte und fangen ganz klassisch mit ein paar Streckungen an. Die Beine ganz geschlossen. Ich kann ja ein bisschen schlechter sehen wie mich. Das heißt, wir müssen ein bisschen mehr selber darauf achten, was alles richtig ist. Aber gut. So, Arme seitlich hoch. Auf die Zehenspitzen, Schultern leiden. Kopf hochziehen, tief einatmen. Und ausatmen. Locker nach vorne fallen. Oberkörper entspannt hängen lassen. Das heißt, der Kopf hängt ganz locker. Und wir wechseln uns ab. Linkes Bein anwinkeln. Rechtes Bein anwinkeln. Nach eigenem Tempo arbeiten. Und wir fangen auch langsam mal an, unsere Atmung anzupassen. Immer ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Wir atmen tief in den Bauch. Mal ein bisschen den Puls unter Kontrolle bringen. Mal ein bisschen den Puls unter Kontrolle bringen. Ausatmen. Und ausatmen. Nach vorne hängen. Kopf ganz locker. Und wir ziehen kleine Halbkreise. Nach links. Und nach rechts. Und nach rechts. Wieder nach eigenem Tempo. Achtet darauf, dass beide Beine komplett gestreckt sind. Während der ganzen Übung. Die Oberschenkel ganz leicht anspannen. Und Oberkörper nochmal zur Mitte. Und wir richten uns ein drittes Mal. Wirbel für Wirbel. Von unten nach oben auf. Die Arme seitlich öffnen. Eine dritte und letzte volle Streckung. Wir halten ein bisschen länger. Also ganz tief einatmen. Ganz groß machen. Spannung halten. Und ausatmen. Nach vorne. Wir kombinieren die letzten zwei Übungen. Kleiner Halbkreise. Nach links. Rechtes Bein anbinden. Das linke ist komplett gestreckt. Und Halbkreise. Nach rechts. Linkes Bein anbinden. Das rechte ist gestreckt. Also immer schön vis-a-vis vom Oberkörper. Anbinden. Und wechseln. Zurück zur Mitte. Mit dem Oberkörper begreifig zu den Zehenspitzen. Und steigen einen Schritt weiter raus. Damit wir Schulterbreit und parallel stehen mit den Füßen. Und wechseln einmal in die tiefe Hocke. Als neue Ausgangsposition. So. Nochmal Bein durchstrecken. Und nochmal langsam in die tiefe Hocke. Das wiederholen wir jetzt ein paar Mal. Und bringen wir jedes Mal die Schulter nach innen zwischen die Knie. Also Bein durchstrecken. Hopf ganz locker hinlassen. Und wechseln in die tiefe Hocke mit den Schultern von innen. Die Bein kurz nach hinten pressen. Und dann wiederholen. Strecken. Und tiefe Hocke. Wir kombinieren das Ganze mit Knie. Wir haben die gemeinsame Atmung. Strecken ein. Vorsicht. Hocke aus. Strecken ein. Hocke aus. Strecken ein. Hocke aus. Strecken ein. Und hocke ganz ausatmen. Und wir atmen wieder nach eigenem Tempo. Mal ein bisschen nach links und nach rechts. Mit dem Fußgelenk weich auflockern. Mit denen geht es nämlich gleich weiter. Die Arme sind gestreckt. Die Hände geöffnet am Boden. Und ganz rauf auf die Zehenspitzen. So weit wie es geht. Ganz genau. Füße durchstrecken. Wie weit wir mit dem Becken oben sind. Ist irrelevant. Wir können ganz strecken. Wir können ganz unten sitzen. Hauptsache der Fuß ist ganz aufgesteckt. Und ablegen. Füße flach. Schulterkinder. Arme außen. Das Kinn liegen am Brustbein an. Damit der Rücken ganz rund ist. Und locker lassen. Und locker lassen. Zweites Mal. Arme gestreckt. Hände vorne. Ganz rauf auf die Zehenspitzen. Fussmuskulatur. Fussmuskulatur. Handspannen. Wärme jetzt mal ein bisschen auf. Sehr gut. Ganz genau. Füße wieder flachen. Zweites Mal. Schultern rein. Arme raus. Kopf runter. Hoch runter. Locker lassen. Ein drittes Mal. Gestreckt. Arme flach am Boden. Rauf auf die Zehenspitzen. Und wir halten diesmal ein kleines wenig länger. Fünf. Noch drei. Eins. Füße flachen. Letztes Mal die Schultern rein. Die Arme raus. Den Kopf runter. Und ein bisschen nach links wippen. Ein bisschen nach rechts wippen. Noch im Böcken. Becken ein bisschen öffnen. Becken ein bisschen. Schau. 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 Arme entstanden zu den Zehenspitzen. Wir atmen nach eigenem Tempo. Noch eins. Beine strecken. Zwei. Arme seitlich öffnen. Hoch. Und jetzt fangen wir mal mit dem Gleichgewichtsabfolg. Am linken Fuß oben aufsetzen. Ferse über oder unter dem Kniegelenk. Nicht direkt drauf. Sollte man Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht haben, können wir nicht immer die Zehenspitzen am Boden abstellen. So. Punkt direkt hinüber am Boden fixieren. Und wir knicken im Becken ein. Kurz verneigen. Und halten. Es muss nicht tief sein. Ein kleiner Knicks reicht. Je mehr wir den Bauch anspannen, desto einfacher ist es das Gleichgewicht zu halten. Das heißt, jetzt mal richtig anspannen. Und dann erst aufrichten. Ganz genau. Das linke Bein wandert nach vorne. Wir greifen mit rechts oben. Mit links unten. Ganz dran ziehen. Je näher an die Körper desto besser. Rechtsläufige Streck bleiben. So. Das gilt auch für die Gleichgewichtsübungen. Sollte es zu schwierig sein, wenn wir auch von der Matte absteigen am Boden, ist es ein bisschen einfacher. So. Linke Hand nach unten. Linkes Bein nach hinten. Rechten Arm nach rechts. Und die zwei wichtigsten Sachen. Das linke Knie hinterm rechten platzieren. Links das Becken nach vorne schieben. Wir wollen einen ordentlichen Zug im Handelzeps und den Hüftbeuge haben. Und halten. Und ohne absetzen bringen wir den Fuß vorne innen am Becken an. Pressen das Knie durch den Boden und den linken Arm nach links. Sehr gut. Es kommt noch einer dazu. Wir fixieren wieder den Punkt direkt gegenüber am Boden. Und wer kann, knickt wieder ganz leicht dem Becken ein. Muss wieder nicht tief sein. Nur ganz kurz. Und wieder aufrichten. Alle vier. Strecken. Und das linke Bein parallel zum Boden. Der Oberschenkel ist angespannt. Wir atmen tief ein. Und beim Ausatmen langer Schritt in die Pyramide. Stirn Richtung linkes Bein. Und beide Hände sind nach oben. Wenn möglich wollen wir hinten die Fersen ganz durch den Boden pressen. Damit wir da auch ein bisschen Zug in der Achillessehne und in den Waden haben. So, wir wechseln eine Stufe weiter runter. Rechtes Knie ablegen. Oberkörper aufrecht. Weg nach vorne schieben. Für die erste wichtige Hüftbeugerdehnung. Auf der rechten Seite. Hände wieder links und rechts zu Boden. Gewicht nach oben verlagern. Und wir drehen uns mit dem ganzen Körper nach rechts. Die Zehenspitzen leicht nach außen gedreht. Wir fangen mit der linken Seite an. Linkes Bein anwinkeln. Mit beiden Armen fest umschlingen. So, und jetzt strecken wir das linke Bein durch. Und ziehen somit automatisch den Oberkörper näher Richtung Boden. Nicht vergessen, wir atmen immer tief ein durch die Nase. In den Bauch. Und aus durch den Mund. Je entspannter die Atmung, desto mehr entspannen sich dann auch die Muskeln. Können wir ein bisschen mehr ziehen. Und locker lassen, wir wechseln. Seite, rechtes Bein strecken. Rechtes Bein anwinkeln. Fassen und dann strecken. So was. Ganz genau. Und noch belassen im Oberkörper. Hände vorne auf den Boden. Und jetzt wollen wir so weit nach vorne wandern wie Sie. Ohne dass die Fersen abheben. Der Fuß ist ganz flach am Boden. Und in die andere Richtung. Die Arme hinten drehen und den Oberkörper ziemlich hoch. Die Beine bleiben gestreckt. So. Wir richten uns wieder auf. Dreh uns nach vorne. Das linke Bein anwinkeln. Und den linken Fuß zurücksetzen zum rechten. Schulterfrei geöffnet die Füße. Da und dort kurz halten. Und abwechselnd anbinden. Und abwechselnd anbinden. Linkes Bein. Rechtes Bein. Umsteigen. Und ein bisschen die ganze hintere Kette auflockern in den Beinen. Das in den Beinen. Und abwechselnd anbinden. Und abwechselnd anbinden. Und abwechselnd anbinden. Wir gehen zurück in unsere Ausgangsposition. Die Schultern hinten. Die Arme außen. Der Kopf unten. Und ein zweimal tief durchatmen. Wir wiederholen das Ganze dann nochmal auf der linken Seite. Der Kopf. Sehr gut. Ganz locker. Also wir greifen zu den Zehenspitzen. Beine strecken. Arme seitlich öffnen. Hoch. Und diesmal setzen wir den rechten Fuß oben an. Über und unter dem Kniegelenk. Unter dem Boden fixieren. Bauch anspannen für das Gleichgewicht. Und wir knicken im Bein ein. Und jetzt beneigen. Halten. Mit angespannten Bauch langsam wieder aufrichten. Während das rechte Bein nach vorne wandert. Die linke Hand ist oben. Die rechte Hand ist unten. Wir ziehen ganz nah an den Körper. Und bleiben links gestreckt. So. Wir schieben rechts runter. Ziehen das Bein nach hinten. Und die linke Hand nach links. Und wieder die zwei wichtigsten Punkte. Rechtes Knie hinterm linken. Und rechts Becken ganz nach vorne schieben. Gucken wir es wieder im Oberstchen und den Hüftbeuge richtig spüren. So. Ohne absetzen. Kopf, Fuß vorne, Innenarm, Media. Knie, Richtung Boden. Rechte Hand nach rechts. So. Ohne absetzen. Dann kommt direkt gegenüber am Boden. Und knicken ganz leicht im Becken ein. Du musst nicht ganz tief sein. Wir halten noch nicht lange. Und langsam wieder hoch. Alle vier. Strecken rechtes Bein parallel zum Boden. Ganz tief einatmen. Und ausatmen. Langstück nach vorne. Hände zum Boden. Stirn Richtung rechtes Bein. Links hinten. Die Ferse wieder aktiv Richtung Boden pressen. So. Linkes Knie absetzen. Oberkörper aufrecht. Für die erste Hüftbeugedehnung links. Ganz nach vorne schieben. Und Hände wieder links und rechts zu Boden. Gewicht nach oben verlagern. Und wir drehen uns ganz nach links. So. Rechtes Bein anwinteln. Mit ein Armen fest umschlingen. Und rechtes Bein durchstrecken. Oberkörper Richtung Boden ziehen. Ja. Atme noch immer tief ein durch die Nase. Aus durch den Mund. Gut. So. Gut. Locker lassen. Passiv wechseln. Linkes Bein anwinteln. Mit Beinen 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 anwinteln. Und Sieben. Und ein Torval tief. Vorratmen. Und wir richten uns auf, drehen uns wieder nach vorne. Setzen den rechten Fuß zurück zum linken Darm-Dog, halten und wieder abwechselnd anwinkeln. Linkes Bein, rechtes Bein, nach eigenem Tempo. Und wir wandern wieder mit den Händen zu den Zehenspitzen. Wir sollten alle noch immer ganz hinten auf der Matte stehen. Und wir wechseln wieder in die tiefe Hocke, schultern innen, Arme außen, Kopf unten und wieder leichte Rotationen nach links und nach rechts. So, locker lassen, wir greifen zu den Zehenspitzen. Eins, Beine strecken, zwei, Arme seitlich geöffnet auftauchen, drei, wir wechseln in eine aufrechte Hocke. Idealerweise wollen wir mit dem Oberschenkelknochen parallel zum Boden sein, wenn möglich, der Oberkörper so aufrecht wie es geht. Vier, strecken, fünf, abtauchen, zu den Zehen greifen, sechs, tiefe Hocke, Ausgangsposition. Wir kombinieren wieder mit Pranayama. Eins, einatmen. Zwei, aus. Drei, ein. Vier, aus. Fünf, ein. Sechs, aus. Eins, ein. Zwei, aus. Drei, ein. Drei, ein. Vier, aus. Fünf, ein. Eins, vier, aus. Sechs, aus. Vier, aus. Und eins, drei. Zwei, aus. Ein. Drei, ein. Drei, in. Vier, aus. 4 aus, 5 ein, 6 aus und eine ganz langsame Runde, 1 ein, 2 aus, 3 ein, 4 aus, 5 ein und 6 aus und eine letzte schnelle Runde, 1 ein, 2 aus, 3 ein, 4 aus, 5 ein, 6 aus und wieder nach eigenem Tempo arbeiten, 1 ein bisschen links, 1 ein bisschen rechts. So, wir strecken die Arme nach vorne, bringen die Knie zum Boden, setzen uns zurück in unsere neue Ausgangsposition, Stirn ablegen, 1 einmal tief durchatmen und dann geht es weiter mit einer 2er-Abfolge. Ganz einfach, ganz locker. So, Kopf anheben, wir machen mal die einfache Version von oben nach vorne. Upward Dog, ganz durchhängen, wir pressen das Becken aktiv Richtung Boden und 2 von ganz unten den Boden entlang zurück in unsere Ausgangsposition und wir atmen wieder gemeinsam, 1 ein, 2 aus, 2 aus, 1 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 aus Und es gibt einen Richtungswechsel, den Boden lang vorwärts, einatmen und von oben zurücksetzen, aus. Wiederholen, von unten rein. Von oben aus. Und Runde sieben, von unten rein. Von oben aus und ablegen, entspannen. Ein paar Mal nach einigen Tempen durchatmen. Vielleicht ein bisschen auch nach links und nach rechts, mitten. Ja, wir verdoppeln wieder auf eine Viererabfolge. Kopf hoch. Einfach eine Version zuerst. Von oben nach vorne. Dann die Zehenspitzen aufstellen. Wechsel zum Downward Dog. Die Beine ganz leicht angewinkelt. Dann wieder von oben nach vorne. Abhol Dog. Und auch von oben nach hinten. Ausgangsposition. Und wir atmen wieder gemeinsam. Von oben vorne. Ein. Der Abhol Dog. Aus. Abhol Dog. Ein. Von oben zurücksetzen. Aus. Aus. Noch mal. Eins. Ein. Zwei. Aus. Drei. Ein. Vier. Aus. Und diesmal von unten nach vorne. Ein. Wechsel aus. Wechsel Downward Dog. Aus. Noch mal. Abward Dog. Ein. Und wieder den Boden. Landen retour. Zwei Runden abgenommen. Von unten vorwärts. Ein. Wechsel aus. Wechsel ein. Von unten. Rettung aus. Und Runde sieben. Eins. Ein. Zwei. Aus. Drei. Ein. Und vier. Und vier. Zurück. Ganz ausatmen. Stirn ablegen. Ein. Zwei Mal. Tief. Durchatmen. Bevor wir zur Achterkriegeabfolge wechseln, nehmen wir mal den linken Arm und fädeln ihn unten durch mit der Handfläche zum Boden, die Schulter komplett ablegen am Boden und die Stirn gleichfalls. Wollen wir uns auch ganz zurücksetzen mit dem Gesäß, so weit wie möglich nach hinten. Und wir öffnen den rechten Arm Richtung Decke. Und rechten Arm nach vorne, linken Arm nach vorne. Und wechseln rechts unten nur für den Handfläche zum Boden, Schulter und Stirn mal ablegen. Und unten noch ein. Und in den linken Arm. Und jetzt bitte den Rüffel. Ein bisschen Rotation im Arm. Auch gut für die Schulter. Und wieder beide Arme nach vorne bringen. Beheben den Kopf an und gehen mal in Position. Von oben vorwärts. Ab Old Dog. Zehenspitzen aufstehen. Ab Old Dog. Und wir setzen den linken Fuß nach vorne zwischen die Handflächen. Genau, Oberkörper aufrecht. Heins ist Warrior 1. Je weiter wir oben stehen, desto einfacher. Wer kann, geht mit dem Oberschenkelknochen parallel zum Boden. So, 2 Warrior 2 nach rechts öffnen. 3 Revers Warrior nach hinten. 4 nach vorne. Beide Arme ganz zusammen machen. Spannung vorne. Oberschenkel halten. 5. Ganz zurück. 6. Wieder nach vorne. Linker Arm bringt den Rücken rechten und den Kopf. Und wer kann, bringt den Ellbogen vorne am Oberschenkel an. Muss allerdings nicht sein. Es sollte auf keinen Fall wehtun, wenn wir das machen. Und es ist schon zu früh. So. 7. 4, 2. 8. Wechsel in die Pyramide mit Beinen hinten am Boden und Stirn Richtung linkes Bein. Wie möglich sind die Beine gestreckt. Wir wechseln zu Triangle Pose. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 7. 7. 8. 12. 13. 14. Rechtes Knie absetzen, Oberkörper aufrecht, die zweite Hüftbeugerdehnung in rechts. Und Hände wieder zum Boden, hinten die Zehenspitzen aufstellen, Gewicht nach oben verlagern, wir setzen den linken Fuß zurück zum rechten und den rechten vor, wo der linke her kann. Ganz genau, jetzt wiederholen wir das Ganze nochmal auf der rechten Seite, eins, zwei, nach links, drei, hinten, anderes hinten. Vier, Schultern ganz lang. Fünf, ganz zurück. Sechs, wieder nach vorne, diesmal mit dem rechten Arm hinterrücken und wir können wieder den Ellbogen vorne, hinten am Oberschenkel anbringen. Ganz genau. Sieben. Öffnen. Acht strecken, Hände zum Boden. Hier in Richtung rechtes Bein. So, den linken Arm in Richtung Decke. Wenn möglich, alle vier, lange und rechts. Die Schultern ganz hoch ziehen natürlich. So, rechte Hand ablegen, linkes Knie ablegen, Oberkörper aufrecht, die zweite Hüftbeugerdehnung links. So, Hände zum Boden, das rechte Bein zurücksetzen und jetzt sitzen wir mal so aufrecht. Wir fangen mit der linken Seite an, linkes Bein nach vorne bringen. Wer nicht auf dem rechten Fuß sitzen kann, könnte es unangenehm sein. For whatever reason, bringen wir den rechten Fuß einfach vorne, innen am Oberschenkel an. Das ist auch ok. Wer kann, setzt sich allerdings auf den Fuß drauf. So, wir greifen mit beiden Hände nach vorne, Stirnrichtung, linkes Bein. Linke Hand bleibt beim linken Fuß oben, die rechte Hand nehmen wir rechts auf dem Boden. Wir heben das linke Bein gestreckt und zuerst nach vorne. So, wie hoch ist nicht so wichtig. Wir können auch gerne hinten, bei der Kniekehle oder beim Oberschenkel greifen. Auf die Sache, das Bein bleibt halbwegs gestreckt und wir öffnen nach links. Und rechts vom Körper absetzen, das rechte, dem rechten Hand, schuldigung, übers linke Bein und wir heben uns ganz nach links. Und wir gehen mit dem Arm in das Bein messen. Und wir wollen hier wieder die Serke atmen. Das heißt, tief einatmen, den Bauch ganz ausdehnen. Und beim Ausatmen wollen wir die Lunge ganz plavieren, ausdehren, Bauch einziehen und ganz klein machen. Und zweimal wiederholen. Und locker lassen, wir drehen uns nach vorne, strecken das linke Bein durch, die Hände links und rechts. Und wir wandern einfach so weit vor, wie es geht, mit der Stirn Richtung linkes Bein. Kopfarm heben, Gewicht nach vorne verlagern, die dritte und letzte Hilfbeuge, die Hände links rechts. Hände auf dem Boden, linkes Bein zurücksetzen, ganz zurücksetzen, rechtes Bein nach vorne strecken. Und wieder selbes Prinzip, entweder sitzen wir auf dem linken Fuß drauf oder haben ihn vorne am Oberschenkel. Und wir greifen mit Bein, Händen vor zum Fuß. Stirn diesmal Richtung rechtes Bein. Die rechte Hand bleibt beim rechten Fuß zu oben, linke Hand links zu Boden, bleiben gestreckt anheben. Und jetzt erst nach vorne. Sehr gut. Diesmal nach rechts. Es geht rechts besser als links, oder? Das war toll. Ja. Und wir setzen den Fuß links vom Körper ab, den linken Hand über das rechte Bein. Wir hebeln uns ganz nach rechts. Und drei Atemzüge mit der Zwerfelatmung. Einatmen, expandieren, ausatmen, polarieren. Und wieder. Und locker lassen, rechtes Bein strecken. Hände links und rechts zum Boden. Und wir wandeln wieder nach vorne. Mit der Stirn zum rechten Bein. So, Kopf anheben, Gewicht nach vorne verlagern. Das dritte Mal auch für die linke Seite. Ganz wichtig für die Leute, die viel sitzen. Und Hände zum Boden. Wir bringen den linken Fuß nach vorne zum rechten. Zwei Handbrei freilassen zwischen den Hüssen. Wechsel in die Tiefe. Hocke. Unsere Kreel anfolge. So. Angefangen mit der Zeugenkreel. Achseln direkt auf die Knie. Hände flach auf den Boden. Und die Finger so weit gestreizt wie möglich. Ganz rauf auf die Zehenspitzen. Die Arme anwinkeln und nur den linken Fuß anheben. Der rechte bleibt jetzt mal am Boden. Und locker lassen. So. Schultern innen. Arme außen. Kopf unten. Und kleine Rotationen. Links. Rechts. Und locker lassen. Die Arme kommen wieder nach vorne. Die Hände flach am Boden. Rauf auf die Zehenspitzen. Arme anwinkeln. Und wir heben nur den rechten Fuß. Der Wicke bleibt am Boden. Sehr gut. Das geht schon bei allem. Das ist super. Und absetzen. Schultern innen. Arme außen. Kopf unten. Kleine Rotationen. Und locker lassen. Und locker lassen. So. Wir machen jetzt zweimal die volle Klee. Wer sich nicht traut, macht wieder abwechselnd. Das ist die linke Seite. Rechte Seite. Mit einem Fuß am Boden. Der Rest macht mit mir mit. Die Arme gestreckt. Gestreizt mit den Fingern. Flach am Boden. Die Hände. Rauf auf die Zehenspitzen. Bis die Schultern mit den Händen in einer Linie sind. Jetzt winkeln wir die Beine an. Verlagern das Gewicht nach vorne. Bis beide Füße automatisch abheben. Und ablegen. Sehr stark. Super. Schultern innen. Arme außen. Kopf nach unten. Rücken ganz rund. Einen Versuch. Haben wir noch. Das ist auf jeden Fall schon viel besser als vor einem Monat. Sehr gut. Und locker lassen. Zweiter Versuch. Hände flach am Boden. Rauf auf die Zehenspitzen. Arme anwinken. Gewicht verlagern. Füße abnehmen. Und halten. Gut. Und absetzen. So ein letztes Mal die Schultern rein. Die Arme raus vom Kopf runter. Sobald alle die Knie können, wechseln wir dann zum Handstoff. Dann haben wir ein bisschen was für uns freuen können. So. Das schwerste haben wir hinter uns. Wir bringen die Hände nach hinten und wechseln in die Rückenlage für unsere Atemübungen. So. Also zuerst mal die Beine an den Körper ziehen. Vier Phasen. Nicht zehn immer mitgelangige. Einatmen. Anhalten. Ausatmen. Anhalten. Und jede Runde wird ein kleines, ewig länger. Ausatmen. Wenn alle bereit sind. Kraftvoll ausatmen. Und ein für drei. Zwei. Eins. Halten. Für sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für zwei. Eins. Und halten. Für eins. 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 Für vier. Drei. Zwei. Eins. Halten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für drei. Zwei. Eins. Und halten. Für zwei. Eins. Eins. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halten. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und halten. Drei. Zwei. Eins. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Halten. Für zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Aus. Für fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und halten. Für vier. Drei. Zwei. Eins. Eins. Ganz tief. Einatmen. Lunge ganz auf. Föhnen. Bauch. Brustkopf. Anheben. Halten. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kraft. Voraus. Atmen. Lunge ganz aus. Leeren. Bauch. Einziehen. Zwei. Und nochmal. Ganz tief. Einatmen. Aus. Dehnen. Halten. Für zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Kraft. Aus. Und zum Abschluss. Zehn Atemzüge mit der Feueratmung. Schnell ein. Aus. In den Bauch. Und los. Los geht's. Noch einmal ganz tief ein. Noch einmal drei. Fünf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und aus. So. Wir atmen wieder nach eigenem Tempo. Das war's von meiner Seite wieder für heute. Bitte nicht vergessen die Matten schön einzuhalten bevor ihr geht. Und wir sehen uns immer Freitag und Sonntag nächste Woche um 17 Uhr. Und danke für's mitmachen. Schönen guten Tag. Der Raum ist im Übringang noch frei für die nächsten Einzelstunden, glaube ich. Das heißt, wir müssen nicht zu Bord aufstehen. Hoppa. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Vielen Dank.